Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge, und zwar der 100. Podcast-Folge hier mit Miriam Leuch bewusst leben. Ich freue mich total, wer hätte das gedacht, als ich vor 2021 ist meine erste Folge erschienen, also vor drei Jahren, wer hätte das gedacht, also ich habe mir da einfach gar keine Gedanken dazu gemacht, und jetzt irgendwie bei Folge 97 dachte ich so, oh oppala, bald ist ja die 100. Folge, möchte ich da irgendwie was Besonderes dazu machen, sollte ich etwas Besonderes dazu machen, genau, und habe dann bei Instagram einmal einen Fragesticker eingesetzt in die Story, und ihr habt jede Menge Fragen eingereicht zum Podcast, zu den Themen allgemein, wie läuft das ab mit einem Podcast und alles, was man da so fragen kann. Ich habe das jetzt mal ein bisschen strukturiert und die Fragen zusammengefasst und habe jetzt 15 Fragen zusammengestellt, die euch interessieren und möchte sie jetzt sehr, sehr gerne beantworten. Ich habe mich jetzt hier gerade eben auch ganz gemütlich hingesetzt mit einer Tasse Kaffee und ja, freue mich total, jetzt in die Fragen einzutauchen und sie zu beantworten. Gut, dann starten wir jetzt direkt rein mit der ersten Frage, und zwar im Sticker stand, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen deiner 100. Folge. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, also es gab viel Begeisterung und Glückwünsche, das freut mich natürlich total, dass euch der Podcast abholt, dass so viele Menschen den Podcast hören, genießen, was für sich mitnehmen, können mir Rückmeldungen geben, also das ist mir wirklich eine ganz, ganz große Freude. Und die Frage dazu war, wie fühlt es sich an, diesen Meilenstein zu erreichen? Ja, wie fühlt es sich an? Also gut. Wie gesagt, ich habe es auch gerade eben schon erwähnt und das hat mich, ja, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber überrascht, dass jetzt schon die 100. Folge kommt. Und wie ist das und soll ich da was Besonderes machen und wie ist das überhaupt? Und wie machen das andere Leute? Wobei, da gehe ich natürlich ganz nach mir, nach meiner Intuition, nach meinem Gefühl, was ich da machen möchte. Und ja, ich wollte es nicht einfach so hinten runterfallen lassen, sondern wirklich da auch was Besonderes machen oder dem auch wirklich Raum einräumen, das gebührend zelebrieren, also mit einer ganz besonderen Folge. Und ja, also es fühlt sich gut an. Für mich war das jetzt nie irgendwie ein Ziel, ja, ich will 100, 200, 300, 500, 1000 Folgen aufnehmen. Ich mache das einfach, solange mir das Spaß macht und solange ich was zu sagen habe. Ja, also von dem her war das für mich nie ein erklärtes Ziel. Ich habe einfach angefangen und habe das einfach gemacht, weil es mir Freude macht. Das führt auch direkt zur zweiten Frage. Was hat dich damals inspiriert, mit dem Podcast zu beginnen? Also, ich habe angefangen mit YouTube-Videos. Da habe ich ja ganz am Anfang Yoga-Videos hochgeladen. Und ja, irgendwann hatte ich auch mal den Impuls, Coaching-Videos hochzuladen oder Videos mit Coaching-Inhalten. Und das hatte ich dann erst auf YouTube gepostet und eine Followerin hat mich dann darauf hingewiesen, ja, die Audiospur ist ja so gut, weil ich das eben auch mit einem Lavalier-Mikrofon dann aufgenommen habe. Da kannst du doch auch einen Podcast draus machen oder das zusätzlich als Podcast veröffentlichen. Weil, ich meine, ich kenne das ja von mir selber auch, manche Inhalte schaue ich mir lieber an oder sehe es lieber auf YouTube. Andere Inhalte höre ich mir lieber an, also nur die Audiospur ohne Bild. Es kommt immer darauf an, worüber gesprochen wird, aber manchmal höre ich einfach gerne zu. Ja, und so kam das mit diesem Hinweis, dass ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Weil ich habe ja dann eben diese Audioaufnahme und damit kann ich vielleicht auch noch mehr Menschen erreichen. Oder das ist einfach ein passenderes Format für Menschen. Und so ging das dann letztlich los, dass ich die allererste Folge, ich habe das mal nachgeschaut, das war die Folge Gefühle zulassen, die erschien auf YouTube im Januar 2021. Und dann habe ich es im August 2021 auch auf Spotify als Podcast-Folge, als allererste Podcast-Folge veröffentlicht. Das habe ich auch ganz bewusst gewählt, weil damals gab es auf meinem YouTube-Kanal schon einige Coaching-Impuls-Videos. Und ich wollte aber mit diesem Inhalt starten und hatte dann eben nach und nach die YouTube-Videos, die Audio-Sequenzen als Podcast-Format veröffentlicht. Und dann hat es sich mehr und mehr auch dazu entwickelt, dass ich exklusive Inhalte für YouTube gemacht habe, exklusive Inhalte für den Podcast auf Spotify. Ich glaube, man kann den auch woanders hören. Ich glaube, es wird auch auf andere Plattformen weiter vermittelt, ausgestrahlt, wie auch immer. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich höre das auch nur auf Spotify selbst, andere Podcasts und spreche auch nur von meinem Podcast auf Spotify. Von dem weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ja, aber so ging das dann los und dass ich eben auch manche Inhalte einfach nur als Audio, als Podcast veröffentlichen wollte. Manches auf beiden Plattformen und manches dann eben exklusiv auf YouTube. Das funktioniert für mich ganz gut, je nach Thema, je nach Inhalt, je nach Laune. Da will ich auch wirklich flexibel sein und eben mich auch kreativ so ausdrücken können und dürfen, ja, wie es mir Freude macht in dem Moment und wie es dann zum Inhalt passt. Dann kommen wir zur dritten Frage. Was macht dir am meisten Spaß? Ja, also, was macht mir am meisten Spaß? Also, eigentlich macht mir alles Spaß. Die Vorbereitung macht mir Spaß. Also, ich muss immer überlegen, welche Schritte gibt es überhaupt? Also, es gibt die Vorbereitung, das macht mir Spaß. Dann gibt es die letztliche Aufnahme, das macht mir auch Spaß. Dann gibt es Postproduktion, das macht mir auch Spaß. Und dann gibt es noch Upload und Infobox schreiben, macht mir auch Spaß. Also, mir macht alles Spaß, was damit zusammenhängt. Kann ich jetzt so nicht einen Schritt herausgreifen, der besonders viel Spaß macht. Es ist natürlich auch nochmal so, welches Format ich veröffentliche. Ich veröffentliche ja Solo-Episoden, wo ich ein Thema bespreche, Wissen mit euch teile, Impulse, Reflexionsfragen. Das ist ja immer sehr, sehr erkenntnisreich und auch tiefgehende Inhalte, die wirklich zum Nachdenken anregen, die wirklich das Bewusstsein erweitern und anheben wollen. Und dann gibt es ja auch die Bewusstleben-Interviews, die ich mache. Das sind natürlich völlig verschiedene Formate. Mir macht aber beides super viel Spaß. Also, das würde ich jetzt nicht gegeneinander aufwiegen wollen oder abgrenzen wollen. Mir macht rundum alles Spaß. Dann als vierte Frage, was waren die beliebtesten Episoden oder Themen? Jetzt natürlich, okay, woran macht man beliebt fest? Was ist da die beliebteste Episode, das beliebteste Thema? Ich habe jetzt mal in die Analyse reingeschaut, einfach von den Klickzahlen, welche Episode am häufigsten angehört wurde. Das muss jetzt nicht unbedingt was mit am beliebtesten zu tun haben. Das kann ja auch viele andere Gründe haben, warum Menschen auf bestimmte Episoden, Themen draufklicken. Aber ich habe jetzt mal geschaut, jetzt aktuell im Mai 2024, wo ich diese Folge aufnehme, wurde am häufigsten die Solo-Episode, also gewisse Interview-Folgen sind noch weiter vorne im Ranking. Aber die beliebteste Solo-Episode ist zum Thema Schamgefühle. Und die habe ich im Oktober 2023 veröffentlicht, weil bei diesem Ranking ist ja auch immer so, okay, welche Parameter liegen dem zugrunde? Ich kann das nicht genau herausfinden, habe versucht, mich da mal so durchzufuchsen. Ich kann es nur präsentieren, was, wo, wie auf dem Ranking steht. Da ist sicherlich auch die Folgen, die schon länger öffentlich sind, haben natürlich jetzt mehr Möglichkeit, Menschen zu erreichen, als jetzt Folgen, die allein von der Dauer her noch nicht so lange veröffentlicht sind. Deswegen gibt es vielleicht schon eine gewisse Aussagekraft, dass diese Folge im Oktober 2023 veröffentlicht wurde und verhältnismäßig häufig angeklickt wurde. Das ist das, was ich jetzt hier mitgeben kann, was ich mit euch teilen kann. Da könnte man auch noch viele andere Parameter zugrunde legen. Ich kriege auch immer wieder zu den Folgen von euch Rückmeldung. Ah, das hat mir besonders gut gefallen. Das habe ich besonders gerne gehört. Das war besonders erkenntnisreich. Das schreibe ich mir jetzt aber nicht auf und mache da irgendwie eine Statistik draus. Deswegen ist das jetzt das, was ich anbieten kann. Vielleicht zielt die Frage auch darauf ab, was für mich die beliebtesten Episoden oder Themen waren. Fällt mir gar nicht so, wo ich drüber nachdenke. Das kann ich aber nicht sagen. Also, weil ich mich einfach zu verschiedenen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Themen beschäftige und ich finde das dann einfach mega spannend. Das ist ja auch bei mir so. Da kommt dann ein Thema in mein Feld, woher, aus welcher Quelle auch immer. und wenn ich dann da Feuer gefangen habe, dann bin ich da all in und dann lese ich und recherchiere ich und dann hat das meinen ganzen Fokus und ich liebe es dann, mich damit zu beschäftigen und dann flaut das Feuer auch wieder ab und dann ist das gut und dann habe ich da meine Inhalte rausgezogen, habe für mich etwas gelernt, erkennen können und teile das sehr gerne mit der Welt dann. Aber da irgendwie beliebteste Episoden herauszugreifen oder beliebteste Interviews, das kann ich so nicht sagen, weil einfach jede Folge, jedes Thema, das ich präsentiere, einfach dann in der Zeit im Fokus steht, mir Freude macht und auch mit den Interviews, Interviewgästinnen oder Themen, die kommen dann einfach in meine Welt, laufen mir über den Weg und ich denke dann, wow, wie interessant ist das denn, oh mein Gott, ich hätte sie so gerne im Interview und dann bin ich da auch all in und voller Feuer, Leidenschaft und Begeisterung und das macht mir dann immer große Freude und da kann ich nicht sagen, was ist jetzt das beliebteste Interview oder die beliebteste Episode für mich gewesen. Dann die fünfte Frage, gab es bestimmte Herausforderungen auf deiner Podcast-Reise? Also, nein, ich habe darüber nachgedacht, gab es Herausforderungen? Also es kann ja unterschiedliche Herausforderungen geben, keine Ahnung, technische Herausforderungen, was kann es noch für Herausforderungen geben? Eben Intellektuelle, ich weiß es nicht, keine Ahnung, weiß jetzt nicht genau, worauf die Frage abzielt, aber Herausforderungen, nein. Und wenn, dann habe ich noch immer eine Lösung dafür gefunden. Vielleicht zieht das auch auf Thema Selbstzweifel ab, dazu gibt es auch noch eine gesonderte Frage, da will ich dann darauf eingehen. Aber nee, es gab keine Herausforderungen, beziehungsweise kann ich jetzt nicht spezifische Herausforderungen benennen und wie gesagt, da wir jetzt ja bis oder ich bis zur 100. Folge gekommen bin, habe ich anscheinend alle möglichen Herausforderungen überwinden und meistern können. Dann die sechste Frage, wie sieht deine typische Vorbereitung für eine Episode aus? Hat sich dieser Prozess im Laufe der Zeit verändert? Wie sieht eine typische Vorbereitung aus? Also wie ich gerade eben schon erwähnt habe, kommen bestimmte Themen in meine Welt? Keine Ahnung, ich entdecke irgendwo ein Buch oder jemand trägt mir etwas hinzu oder an und sagt, oh, ich beschäftige mich gerade eben damit, oh, spannend, aha. Oder ich sehe irgendwie ein YouTube-Video oder jemand, ja, erzählt mir was, ein Buch, ein Podcast, keine Ahnung, überall, woher Ideen zu mir kommen können. Und dann, ja, wenn mich das dann catcht, das geht dann auch ziemlich schnell und ich weiß dann auch sehr genau, okay, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Ich habe auch ganz oft out of the blue einfach Ideen, die dann plötzlich da sind. Keine Ahnung, ich möchte über das Thema Schamgefühl sprechen oder es ist gerade eben ganz oft auch aus meinem Umfeld, dass da gerade eben was damit zusammenhängt mit zum Beispiel Schamgefühlen oder anderen Gefühlen oder anderen Themen oder auch aus meiner Coaching-Tätigkeit, aus meiner Reading-Tätigkeit, dass da vielleicht ein spezielles Thema sehr in den Vordergrundtritt kommt und ich denke, ah, ja, dazu könnte ich ja mal was aufnehmen, dazu könnte ich ja mal recherchieren. Also für mich die Vorbereitung ist, dass ich recherchiere. Das macht mir auch große, große Freude. Ich wollte ja auch immer Journalistin werden und deswegen ist das für mich jetzt also eine Megaentwicklung, dass ich das so in dieser Art und Weise machen darf für die YouTube-Videos, für den Podcast, aber auch für meinen Blog. Ich liebe es zu recherchieren. Ich kann das auch super gut. Ich kann super gut Informationen zusammentragen, strukturieren, aussuchen, okay, was ist relevant, was ist nicht relevant, wie will ich das aufbereiten, wie ist der rote Faden, wie kann ich da Menschen mitnehmen, dass sie gut folgen können, dass sie da für sich möglichst viel mitnehmen können. Das kann ich einfach super gut. Und deswegen ist halt, ja, dass ich da recherchiere, einfach was finde ich im Netz, in der Bücherei, welche Bücher finde ich da, mit Menschen mich austauschen, also wie Vorbereitung eben aussehen kann. Und dann trage ich das alles zusammen in einem Dokument und strukturiere das dann. Ich bin ja wirklich so, dass ich mir Leitfragen überlege oder immer auch ein Inhaltsverzeichnis, okay, heute sprechen wir über erstens, zweitens, drittens. Das ist mir super wichtig, das klar und strukturiert zu machen. Und auch mit den Kapiteln, ich liebe das einfach, das so zu unterteilen, dass da Menschen auch spezifische Fragen sich raussuchen können, also wirklich so ein Angebot zu machen, wenn eben etwas Spezielles interessant ist, dass sie da gezielt darauf zugreifen können, ja, dass ich das einfach gut aufbereite. Das liebe ich selber, ich als Hörerin, als Konsumentin und möchte das eben auch so anbieten. Und genau, ich trage das dann einfach zusammen in einem Dokument und strukturiere das dann und lege eine Reihenfolge fest. Ja, und dann geht es auch los. Dann ist das Mikrofon an, dann spreche ich da rein. Das ist ja super leicht für mich, gerade eben so mit diesem roten Faden, mit diesen Stichpunkten, mit den Notizen, die ich mir dann aufgeschrieben habe. Ja, und dann sitzt sie hier und dann spreche ich in das Mikrofon rein. Also, ob sich dieser Prozess im Laufe der Zeit verändert hat? Nee, eigentlich nicht. Ich war da schon immer sehr strukturiert. Ich habe mir schon immer Stichpunkte aufgeschrieben, um für mich Klarheit zu haben, worüber möchte ich sprechen? Was ist das Ziel dieser Episode? Das kam vielleicht dann, dass ich das noch mehr in den Fokus auch genommen habe. Was ist das Ziel der Episode? Was sollen Hörerinnen für sich mitnehmen? Womit sollen sie rausgehen? Das ist ja letztlich auch eine Idee, die ich dann habe. Aber jeder Mensch nimmt ja das mit, was er oder sie in dem Moment braucht oder ja, wovon er oder sie profitiert. Da bin ich schon noch mal klarer und präziser geworden. Das war am Anfang eher so dieser Impuls. Ah, ich möchte darüber sprechen. Und dann habe ich da einfach so recherchiert dazu. Okay, was gibt es denn dazu? Auch in meiner großen Bibliothek. Wie kann ich das gut aufbereiten? Und dann habe ich mich da hingesetzt und ins Mikrofon gesprochen. Also, das ist eigentlich, hat sich nicht groß verändert. Dann die siebte Frage. Hast du irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten, die dir helfen, dich vorzubereiten? Also, Rituale und Gewohnheiten, nee, habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was damit gemeint sein könnte. Also, so ein spezielles Setting dann fürs Aufnehmen. Also, gut, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, aber ich meine, in meiner Berliner Wohnung, da hatte ich kein Arbeitszimmer. Das war eine Einraumbohnung. Da saß ich dann im Flur, weil da saß ich dann, da war einfach die beste Akustik, weil kleiner Raum und dann stand da eben noch der große Schrank, weil ich in einer Altbauwohnung mit sehr, sehr hohen Decken gelebt habe und da war das mit dem Hall dann auch nochmal so eine Sache. Also, habe ich das dann immer im Flur aufgenommen. Irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten. Nee, ich bin da auch nicht abergläubisch und das muss so und so sein. Ich kann nur dienstags aufnehmen oder sonst irgendwas. Dann, wenn die Energie da ist, dann nehme ich das auf und dann läuft das auch. Ich habe öfter auch schon versucht, okay, aus dem Verstand heraus, ah, keine Ahnung, ich will das jetzt aufnehmen oder das würde jetzt terminlich ganz gut passen oder aus welchen Gründen auch immer. Das funktioniert überhaupt nicht. Also, wenn ich das nicht fühle oder die Energie nicht da ist, boah, dann breche ich mir da einen ab und dann muss ich da 50 Mal anfangen und so. Das habe ich ziemlich schnell dann auch wieder sein gelassen. Weil wenn ich in der Laune bin, wenn die Energie da ist, dann ist das eigentlich ein One-Take. Also, dann mache ich das Mikrofon an, spreche da rein und dann ist gut. Dann mache ich in der Postproduktion vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Ams rausschneiden oder irgendwie, ja, eigentlich ist da auch nicht viel. Ja, Rauschunterdrückung, was man da so macht. Aber ich bearbeite das nicht großartig oder schneide da Großsachen raus. Aus dem Bewusstleben-Interviews ja so oder so nicht. Die gehen immer ungeschnitten, online, zack, alles, was gesagt wird oder noch veröffentlicht. Also, außer die Interviewgästin würde sich explizit wünschen, dass das entfernt wird, was noch nie vorkam. Dann würde ich das natürlich respektieren. Aber ich für mich in meinen Solo-Episoden, ich bin einfach gut vorbereitet. Ich kann sehr gut, sehr klar, sehr strukturiert sprechen. Und dann nehme ich das auf und dann ist das so. Genau, dann mache ich halt noch Intro und Outro noch mit dazu. Ja, solche Sachen halt in der Postproduktion. Aber ansonsten passiert da nichts Großartiges. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Aber auf jeden Fall Ritualen, Gewohnheiten, Spezielle gibt es nicht. Dann die achte Frage. Wie wählst du die Themen für deine Episoden aus? Da bin ich jetzt vorhin ja schon auch drauf eingegangen. Ich möchte sie aber gerne nochmal wiederholen, falls Menschen explizit zu dieser Stelle, zu dieser Frage springen, weil ich werde auch jetzt wieder in dieser Episode wunderbar schön strukturiert meine Kapitel anlegen. Genau, also die Themen, die finden letztlich mich. Ich habe manchmal einfach so Eingebungen. Ah, okay, darüber möchte ich sprechen. Dann ist das ganz plötzlich da und ich weiß, das ist jetzt dran. Also ich bin da auch sehr intuitiv und vertraue da auch und bin da jetzt weniger, okay, keine Ahnung, es gibt ja immer so Themenmonate. Im Monat Mai sprechen wir über dieses Thema. Genau, für manche funktioniert das sicherlich super gut und ist das auch smart, gerade eben, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Lounge hat oder eine bestimmte Masterclass-Workshop, sonst irgendwas. Da versuche ich natürlich schon auch Rücksicht drauf zu nehmen und dann eben Episoden zu produzieren, die dann inhaltlich Sinn machen, die darauf hinführen. Das habe ich aber auch erst spät gelernt, also oder erst im Verlauf der Zeit, aha, so zielgerichtet auf etwas hin zu produzieren, wenn ein bestimmter Lounge ansteht, ein Workshop, um da die Menschen abzuholen, mitzunehmen in eine bestimmte Thematik. Genau, das mache ich noch gar nicht so lange. Da überlege ich dann schon auch strategisch, was macht wie Sinn. Aber ich gebe mir da auf jeden Fall viel Zeit, weil das geht nicht, dass dann irgendwie, okay, jetzt muss ich aber innerhalb von einer Woche da drei oder vier Folgen produzieren. Das funktioniert für mich nicht. Wenn ich das nicht fühle, dann kann ich das nicht machen. Dann wird das einfach ein Krampf, da in dieses Mikrofon reinzusprechen. Das spüre ich, das spüren dann die Menschen, die den Podcast hören und denken so, Gott, was war denn da los? Also ich bin überzeugt davon, dass man das spürt und wahrnehmen kann. Das funktioniert für mich nicht, obwohl das natürlich Sinn macht und ich das versuche, so gut es geht umzusetzen, wenn da eben was Spezielles ansteht. Aber ansonsten bin ich da wirklich sehr frei. Was für mich einfach klar ist in diesem Rahmen, dass immer freitags eine neue Episode erscheint, also oder ein spezielles Content-Piece, sag ich jetzt mal. Also entweder ein YouTube-Video, eine Podcast-Folge oder ein Blog-Post. Also für mich ist ganz klar, jeden Freitag geht mein Newsletter raus und dann gibt es eben Infos und Updates und eben ein spezielles Content-Piece aus diesen Kategorien, die ich gerade eben genannt habe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und das ist ein Commitment, eine Vereinbarung, die ich mit mir getroffen habe. Das ist die Struktur, in der ich meine Kreativität wirklich frei fließen lassen kann. und ja, da finden mich dann die Themen, entweder out of the blue oder ich sehe irgendwo ein Buch oder ich höre einen Podcast oder ich sehe ein YouTube-Video oder Menschen im Gespräch mit Menschen aus meinem privaten Umfeld oder auch aus meinen Coachings, aus den Readings, wo ich denke, ah, interessant, aha. Und ich bleibe dann da so hängen und ich spüre dann sofort die Energie und merke dann, ja, darauf habe ich Lust. Und dann klappt das auch. Und dann läuft das auch wie am Schnürchen. Das ist super einfach für mich. Das geht super fix. Und ich weiß dann auch sofort, okay, jetzt recherchiere ich, jetzt mache ich das so und so. Dann bereite ich das auf und dann, also ich, ja, das ist ganz intuitiv und ich weiß dann, was kommt da rein, was kommt da nicht rein, wie will ich das aufziehen. Das ist für mich alles sehr, sehr schnell klar. Wenn ich eben dieses Ja spüre, diese Lust auf diese Episode, auf dieses Thema und ja, dann ist das ganz einfach und dann geht das mir wirklich sehr flott von der Hand. Wohingegen, was ich ja auch vorhin schon erzählt habe, wenn da irgendwie mein Kopf erzählt, ja, das wäre doch jetzt klug, wenn du darüber sprechen würdest oder irgendwie, ah, das ist ja gerade eben ein Trennthema, willst du da nicht auch drüber sprechen? Aber wenn da, also, wenn da kein Ja kommt und keine Lust kommt, dann ist der Ofen aus. Kann ich mich da auch nicht zwingen, das geht nicht. Und mache das dann auch nicht. Genau. Und dann, also ich habe ja jetzt mittlerweile auch immer sehr viele Folgen beziehungsweise spezielle Content Pieces auf Vorrat und dann entscheide ich ganz intuitiv, was, wann, wie veröffentlicht wird oder ich habe dann eben auch schon Sachen vorproduziert und dann, keine Ahnung, mache ich eine Masterclass oder einen Workshop und dann stelle ich das dann entsprechend zusammen. Ah, okay, da machen wir dann das und das. Okay, dann veröffentliche ich die und die Folge, das macht dazu Sinn. So gehe ich das schon auch strategisch an, aber ansonsten ist das wirklich so vom Gefühl her, was gerade eben dran ist und dann wird das veröffentlicht, was ich da auf Vorrat habe. Dann die neunte Frage, welche Tipps würdest du anderen angehenden Podcastern mitgeben? Also angehende Podcaster, also wahrscheinlich die, die jetzt gerade eben starten und beginnen wollen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber es ist wirklich so, fang einfach an. Don't overthink. Weil viele da, ja, ich brauche noch dies und ich brauche noch das und das perfekte Podcast-Mikrofon. Und ja, also für einen Podcast lohnt es sich in der Tat dann auch in ein professionelles Mikrofon zu investieren. Auch wenn du Interviews aufnimmst, empfiehlt sich eine gute Audioqualität. Aber bei einem Podcast insbesondere, weil es eben nur diese Audiospur gibt, jeder Mensch ist da auch unterschiedlich empfindlich. Mir ist das sehr wichtig. Gleichzeitig, also bevor du da jetzt irgendwie das zwei Jahre vor dir her schiebst und ich brauche noch dies, ich brauche noch das, dann fang einfach an. Ich hatte dann auch ganz, ganz am Anfang im Austausch mit anderen Coaches und CoachInnen, die ich von Instagram kenne, in Anführungsstrichen, und wo ich auch weiß, dass die einen Podcast haben und wo ich dann auch so lose im Kontakt war, habe ich auch mal gefragt, ja, wie machst du das denn und wie aufwendig ist das dann für dich? Da hatte mir auch mal eine gesagt, dass sie wirklich so ein Lavalier-Mikrofon, also das ist so ein Mikrofon, was man so anstecken kann. Also wenn Leute zum Beispiel eine Interview führen, auch im Fernsehen, dann am Jackett, am Blazer, am Pulli, dieses Ansteck-Mikrofon haben, dass sie das mit so einem Mikrofon macht und mit ihrem iPhone, irgendwo in der Abstellkammer oder so, wo halt nicht so viel Hall ist und ich dachte, crazy, die macht das mit so einem Mikrofon und das war, dann hat sich noch jemand anders gefragt, die hat mir dann ein Mikrofon empfohlen, ich schwöre, das kostet 20 Euro und mit der Diktier- oder Sprach-Memo-Funktion von deinem Handy kannst du da einen Podcast aufnehmen. Also eben gucken, manche sitzen dann auch unter den Wäscheständern mit einer Decke drüber, um da eine gute Tonqualität für sich herzustellen, wenn es eben sehr heilt im Raum. Also da darfst du natürlich auch schon mal gucken, was sind so die Gegebenheiten, aber dass du da für tausende Euro irgendwelche Mikrofone brauchst, gerade eben am Anfang, also ich sage, nee, brauchst du nicht. Wie gesagt, 20 Euro für so ein Mikrofon, das ist wirklich, also gut investiertes Geld oder smart investiertes Geld und dann kann das auch losgehen. Also, ja, denk nicht so lange drüber nach, wenn du wirklich diesen Impuls verspürst, diesen Drang, diese Lust, ja, ich möchte das gerne starten, ich möchte gerne meinen Podcast aufnehmen, dann fang damit an. Ich hatte am Anfang auch kein Intro und kein Outro, weil ich habe das ja erst als YouTube-Video aufgenommen und dann im YouTube-Video sitzt du ja hin und redest einfach los, es geht einfach los und dann erst später habe ich mir dann ein Intro und ein Outro gemacht. Also, ich habe mir dann einen Song gekauft und habe dann da das draus geschnitten. Du brauchst auch nicht groß Software oder sonst irgendwas, ich nutze dafür Audacity, es gibt ja auch GarageBand, glaube ich, da musst du jetzt auch nicht studiert haben, um das zu bedienen, da kannst du einfach mal ein bisschen googeln, einfach die MP3-Datei da reinladen, dann irgendwie noch Rauschunterdrückung und dann siehst du ja schon mit der Schere, aha, okay, da markiere ich das und schneide das raus und gut ist. Also, das ist aber mein Ansatz, ich bin ja weit entfernt von Perfektionismus, ich glaube Perfektionismus oder Perfektionsstreben ist der Tod, weil dann gibt es keine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, wenn etwas perfekt ist und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich immer lerne und wachse und mich weiterentwickele und dass ich da auch milde auf mich zurückschaue, weil manche sind dann auch so und ich kenne das von mir selber auch, oh Gott, und was hast du denn damals gemacht und da irgendwie und so mit der Technik und mit dem und dem Setting und bla bla bla, also da war ich wirklich auch teilweise hensärmelig unterwegs, das kann ich ja hier mal mit euch teilen, ich hatte mal ein YouTube-Video online, wie ich zum Yoga gekommen bin, ein Storytime-Video, wie ich zum Yoga gekommen bin und dieses Setting, ich wollte es halt dann so ein bisschen schön machen, habe halt da so ein bisschen so Bilder im Hintergrund aufgestellt und dann irgendwie habe ich auch ab und zu dann Blumen besorgt oder da Blumen zu Hause, damit es da hübsch aussieht, aber ich lebe ja sehr minimalistisch, also ich versuche es zumindest und ich hatte halt damals gar keine Blumenvase und dann habe ich diese Blumen in ein Weizenglas gestellt. Das fand ich damals vollkommen in Ordnung und dann saß ich da hier auf meiner Yogamatte, habe fröhlich in die Kamera reingesprochen und im Hintergrund stand der Blumenstrauß im Weizenglas. Irgendwann habe ich dann auch gedacht, so von wegen, naja, das überzeugt mich jetzt nicht mehr so, ja, habe mich da einfach nicht mehr wiedergefunden, fand es dann schon ein bisschen hemmsärmelig, habe das Video dann offline genommen und es gibt noch die Audiospur, genau, aber da könnte man auch sagen, weil eben mit diesem Lavalier-Mikrofon und in dieser Altbauwohnung mit über drei Meter Deckenhöhe, oh Gott, was für eine Tonqualität und das heilt ja so schrecklich und klar, klar, also, ja, ich versuche das jetzt natürlich auch immer weiter zu optimieren, aber, also, wenn du den Impuls verspürst und sagst, ja, ich möchte das machen, dann mach das und ich habe das auch einfach gemacht und da bin ich auf jeden Fall dafür, das auszuprobieren und, ja, einfach dann auf dem Weg zu lernen, also, das ist das, so wie ich da rangegangen bin und was ich eben aus meiner Perspektive anderen Menschen, ja, mitgeben würde. Dann die zehnte Frage, gibt es etwas, das du gerne zu Beginn deiner Podcast-Reise gewusst hättest. Was hätte ich gerne gewusst? Nee, eigentlich fällt mir jetzt nichts Spezielles ein, dass mir da irgendwie etwas gefehlt hätte. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist vielleicht auch sinnvoll, gerade eben für Frage 10, für die vorhergehende Frage, wenn Menschen mit einem, ach nee, neun, welche Tipps hast du für angehende Podcaster? Also, ich weiß nicht, wer es hier gerne gewusst hätte, aber mir selber, wenn ich mir selber etwas mitgeben dürfte auf diesem Weg, würde ich sagen, entspann dich, mach dich nicht verrückt mit irgendwelchen Klickzahlen. Also, wie viele Menschen haben den Podcast in den ersten 24 Stunden gehört? Wie ist die Downloadquote etc. pp. Also, ja, ich denke, wir kommen insgesamt mehr und mehr davon weg, von bestimmten KPIs, von bestimmten Kennzahlen, was die aussagen und was Menschen, ich meine, ich bin ja selbstständig, was selbstständige Menschen brauchen, wie viele FollowerInnen und was sie nicht alles brauchen. Natürlich ist das gut und richtig, da auch zu gucken, aber da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen, auf die man schauen kann und es ist immer wichtig, das eben in Relation zu sehen, in einem gewissen Kontext und das, ja, gewisse Zahlen einfach in dieser Art und Weise, in einem Kontext berücksichtigt werden dürfen, müssen vielleicht auch und das da eben, das kommt, das kommt und einfach, wenn es dir Freude macht und wenn du etwas zu sagen hast, wenn du den Impuls verspürst, ich möchte das gerne mit Menschen teilen, das kann Menschen weiterhelfen, das kann Menschen unterstützen, das ist natürlich immer meine Perspektive, aber wenn du sagst so, ja, das ist mein Wunsch, dann folge diesem Wunsch und dann löse dich davon, aha, aha, das sollen mehr Leute hören und keine Ahnung, welche Fragen, die da aufkommen können, weil ich jetzt auch heute nochmal reingeschaut habe, in der Vorbereitung auf diese Episode in der Recherche, habe ich eine bestimmte Playlist auf meinem YouTube-Kanal nochmal angeguckt und ich war so überrascht, wie viele Views und auch Like-Button, Like-Klicks, wie sagt man das, wie viele Likes die Videos bekommen haben, weil ich da einfach schon so lange nicht mehr reingeschaut habe und ich löse mich sehr davon und das ist, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich keine Antwort auf diese Frage, aber ich denke, das wird Menschen auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ich das teile, dass, ja, wenn du das Gefühl hast, dass dich das mehr verunsichert, mehr Unruhe reinbringt, als dass es dich unterstützt, wenn es für dich schwierig ist, mit solchen Zahlen umzugehen, das war es am Anfang für mich, das hat mich verunsichert, ja, braucht das jemand und will das überhaupt jemand hören und dann auch, ja, kann ich ja ganz ehrlich sein, wenn dann irgendwie die Episode ein- oder zweimal angehört wurde, ah, das kam nicht gut an und die Menschen wollen das nicht und so, aber es ist halt einfach immer wieder auch hinterfragen, was für ein Konsument, Konsumentin bist du und dass Menschen einfach ganz unterschiedlich sind. Also für mich ist, ich bin ja immer super flott und auch sehr, ich weiß nicht, mir fällt das einfach super leicht, wenn irgendwie eine neue Folge rauskommt und ich sehe das dann, dann höre ich die auch sehr zeitnah an. andere Leute, die merken sich das dann eben vor und haben dann da auch so eine Liste und gehen da so chronologisch vor und hören das vielleicht nur zu speziellen Phasen oder Zeiten oder wie auch immer und deswegen da auch wirklich zu erkennen, über die Zeit entwickelt sich das und jeder Mensch ist eben anders und wenn, keine Ahnung, in den ersten 24 Stunden oder einfach, ich veröffentliche immer freitags, wenn dann da bis Montagfrüh nur ein oder zweimal das angehört wurde, was jetzt ja eigentlich gar nicht mehr der Fall ist, aber gerade eben am Anfang, dass das keine Aussagekraft hat, weil ich jetzt ja sehe bei diesen Episoden, wie oft die jetzt mittlerweile angehört wurden, nachdem sie jetzt drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr online sind. Also das nochmal so als Tipp für angehende Podcaster oder zu Beginn meiner Reise wirklich da zu entspannen und das entwickelt sich und dass die Qualität der Inhalte unabhängig davon ist, wie viele Menschen das anhören, dass diese Vorbereitung und das Herzblut und die Gedanken, die ich mir mache und die Fragen, die ich mir überlege und all die Zeit und die Energie und das Aufbereiten und wirklich, das kommt so von Herzen und das klingt jetzt vielleicht klischeehaft, aber das ist wirklich so eine große Freude von mir und ich schaue gar nicht mehr auf diese Klickzahlen. Ich mache das einfach, also ich kann mir das jetzt anschauen, ja, habe ich jetzt ja auch gemacht in Vorbereitung auf die Episode, aber das gibt mir nichts. Vielleicht verändert sich das auch, das darf sich auch wieder verändern, aber was fange ich dann mit diesen Zahlen an? Also, weil ich habe einfach diese Themen, über die ich sprechen möchte, ich weiß, die Menschen, die es hören sollen, werden es hören und die Menschen werden, die es hören, für sich etwas mitnehmen, können, es wird ihr Leben verbessern, das ist meine tiefste Überzeugung und mir ist das dann wirklich egal, wie viele Menschen das anhören. Das ist das, was ich jetzt hier und heute sagen kann und was meine Überzeugung ist. Dann die Frage Nummer 11, hast du spezielle Pläne oder Ziele für die nächsten 100 Folgen? Das ist eine kurze Antwort, nein, habe ich nicht. Mit Plänen und Zielen, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, am Anfang dieses Jahres, brauche ich Ziele, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, ich nummeriere meine Folgen durch, dass man eben gut referenzieren kann und gut darauf hinweisen kann, also ich bin immer sehr pragmatisch, aber ich habe keine Pläne oder Ziele. Wie ich gesagt habe, ich mache das, solange, wie mir das Freude macht, solange ich etwas zu sagen habe, solange Menschen mir die Rückmeldung geben, dass sie da Freude daran haben, dass es für sie etwas bewirkt, dass es für sie einen Unterschied macht. Genau, solange mache ich das und ich habe da keinen speziellen Plan, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich mache das einfach, solange es mir Freude macht. Das ist die Quintessenz. Dann die zwölfte Frage, welchen Einfluss hatte dein Podcast auf deine Selbstständigkeit? Was ist mit dieser Frage wohl gemeint? Welchen Einfluss hatte dein Podcast auf deine Selbstständigkeit? Also im Rahmen meiner Selbstständigkeit bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten beziehungsweise Inhalte online zu stellen oder online zu veröffentlichen. Also in diesem Rahmen und in dieser Struktur, das, was ich eben anbiete in den Coachings, in den Workshops, in meinen Readings, wenn ich mit Menschen arbeite, dass da Themen auf mich zukommen, dass ich darüber sprechen möchte, Themen, die, oder Inhalte, die mir früher auch weitergeholfen hätten. Ja, das beantwortet das die Frage nicht, welchen Einfluss hat. Ich muss nochmal nachdenken. Ich hänge jetzt irgendwie an dieser Frage fest. Ich habe mir, wie gesagt, vorher nicht so viele Gedanken gemacht, was ich da antworten werde. Ich habe einfach mal die Fragen in so ein Dokument reingehauen. Kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also wie wichtig er ist. Ja, mein Podcast ist mir wichtig beziehungsweise eben diese drei Kategorien, YouTube, Podcast und Blogpost, die sind mir wichtig und sind natürlich für mich einfach eine Möglichkeit, mich auszudrücken, journalistisch zu arbeiten, was ich ja immer machen wollte und mit meiner Arbeit einen Unterschied zu machen und ein breiteres Publikum zu erreichen, als wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, Instagram Stories machen würde und jedes Medium zieht ja auch unterschiedliche Menschen an und ich versuche da wirklich auch breit aufgestellt zu sein, also dass ich ja zum Beispiel zwischenzeitlich auch für Blogposts die Audioversionen anbiete, weil ich eben weiß, manche Menschen lesen lieber, manche hören lieber. Es gibt auch für jede Solo-Podcast-Episode auch eine schriftliche Zusammenfassung auf meiner Webseite. Das wissen viele nicht. Also da versuche ich wirklich breit aufgestellt Inhalte anzubieten, weil sie mir einfach so wichtig sind und weil ich möchte und mir wünsche, dass viele Menschen diese Inhalte lesen, hören, konsumieren und damit arbeiten. Das ist mir super wichtig. Ja, und das ist einfach für mich eine gute Möglichkeit, mich auszudrücken und für Menschen einen Unterschied zu machen. Ja, also ich glaube, ich habe die Frage jetzt nicht beantwortet, aber ich belasse es jetzt einmal dabei. Dann die 13. Frage. Hast, hattest du jemals Momente des Selbstzweifels? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte niemals Selbstzweifel beziehungsweise Zweifel bezüglich des Podcastens, der Inhalte, die ich online stelle, also eben mit YouTube und auch mit Blog. Ja, also die Momente gab es auf jeden Fall. Wie bin ich damit umgegangen? So wie mit allem. Also ich habe darüber nachgedacht und reflektiert. Ich habe erst einmal alle Gefühle gefühlt. So, das ist ja meine Main Message, meine Hauptnachricht, sagen wir das so. Alle Gefühle fühlen. Das ist super wichtig. Alle Gefühle fühlen. Zweifel und Ängste und kritische Stimmen. Alles, was da so hochkommen kann, fühle ich erst einmal. Und dann schaue ich mir an, warum kommt das gerade eben hoch. Ganz oft kommen ja Selbstzweifel hoch, wenn irgendwie, ja, das Gefühl besteht, ah, die Inhalte sind nicht so gut aufbereitet oder brauchen das Menschen wirklich, hören sich das Menschen wirklich an, profitieren Menschen wirklich davon. Ah, hätte ich das so nochmal anders aufbereiten können, hätte ich das nochmal so und so strukturieren sollen. Oh, jetzt habe ich diese Information, die ist jetzt aber gar nicht in der Podcast-Folge drin, etc. pp. Also, dann ist das halt einfach so. Also, Dinge entwickeln sich auch weiter und es werden immer wieder neue Informationen oder andere Informationen dazukommen. Gut, dann kann ich ja nochmal eine ergänzende Folge aufnehmen. Also, es gibt ja dann eben auch immer Wege, damit umzugehen. Ja, einfach so mit diesem Gefühl, was ja letztlich sich so Zweifel und brauchen Menschen das, wenn wir jetzt dabei bleiben wollen, dann hat das ja ganz viel damit zu tun, welchen Wert messe ich meiner Arbeit bei oder welchen Wert messe ich diesen Inhalten bei. Und es geht natürlich darum, dass in allererster Linie ich das als wertvoll erachte und dass ich überzeugt davon bin, dass das einen Unterschied macht und dass Menschen davon profitieren. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an zu 100% gegeben sein muss. Ja, und du kannst erst anfangen, wenn du zu 100% überzeugt bist, einfach mit einer geringeren Überzeugungsprozentsatz zu beginnen und anzufangen. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben wollen. Und dass das ja immer auch etwas lehrt, dieses Aha, das sind jetzt Selbstzweifel oder Zweifel welcher Art auch immer. Vielleicht auch Angst vor Kritik. Also auf jeden Fall kenne ich das, dass ich was online stelle und denke so, oh, aha, keine Ahnung. Manchmal denke ich auch an bestimmte Gruppen oder ja, an bestimmte Menschen vielleicht. Oh, wir werden diese Menschen das auffassen und keine Ahnung. Werden sie es kritisieren? Werden sie es in den falschen Hals hineinbekommen? Werden sie mir Worte im Mund umdrehen? Das ist jetzt so in dem Ausmaß, in dem ich es befürchtet hatte, nie passiert. Und es ist ja auch immer so, ist es wirklich konstruktive Kritik? Dann bin ich da sehr, sehr dankbar drum. Es wird aber immer auch Menschen geben, die die Inhalte einfach nicht mögen, aus welchem Grund auch immer. und dann kann mich das doch nicht davon abhalten, meine Inhalte online zu stellen und andere Menschen damit zu unterstützen und meiner Freude zu folgen. Aber das ist etwas, was ich eben über den Prozess gelernt habe und wo ich immer noch weiter wachse und lerne. Also da auf jeden Fall sich vom Anspruch zu lösen, oh, das muss erst alles weg sein und ich muss 100 Prozent überzeugt sein und sicher sein und erhaben sein über jeden Zweifel und jede Angst vor Kritik und so. Weiß ich nicht, ob du dann jemals anfängst. Also da, wenn wirklich die Lust überwiegt, das dann online zu stellen. Ich weiß auch noch, ganz am Anfang, da hatte ich so kleine YouTube-Videos zum Thema Yoga und Yoga-Bücher, habe ich da vorgestellt. Ich habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Also mache ich immer noch. Aber da kam dann auch so ein ganz blöder Kommentar, ja, und das brauche ich jetzt auch nicht wiederholen. Und dann bin ich so erschrocken und habe gedacht, so, oh mein Gott, und das sind so Menschen, die beurteilen mich oder verurteilen mich in dieser Art und Weise. Das hat sich für mich ganz schrecklich angefühlt. Da war ich auch noch nicht so öffentlich. Da hatte ich auch noch gar keine, teilselbstständig war ich, glaube ich, als Yoga-Lehrerin. Aber das war auch ein Weg, den ich gegangen bin. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles an mir abprallt. Nö. Manche Sachen treffen mich auch und dann arbeite ich damit. Dann fühle ich das Gefühl, ja. Aber das ist wirklich super wichtig, aus meiner Perspektive da unperfekt auch loszugehen, obwohl ich ja mit dem, habe ich ja auch schon gesagt, mit Perfektionismus gar nichts anfangen kann. Und einfach, wenn die Begeisterung und deine Freude und deine Leidenschaft so groß ist, dass du dann dich so, wie es für dich möglich ist, in dem Rahmen, wo du glaubst, ja, so kann ich mich da ein bisschen vortasten und erste Schritte wagen, dass du das dann tust. Und dass du dann mal abwartest, was passiert. Und ich sage dir eins, am Anfang passiert erstmal gar nichts. Ich finde das ganz interessant und das ging mir auch so, oh Gott, wenn ich das online stelle und dann kommen die Hater. Am Anfang für die allermeisten ist es ja so, dass sie so eine kleine Reichweite haben, ja, dann hat dann irgendwie noch fünf aus der Familie, haben dann deinen Channel abonniert. Die schicken dir ganz sicher kein Hate, das kann ich dir schon mal sagen. Aber dass da gerade eben am Anfang so viel Energie reingeht, in oh, böse Kommentare und auch nochmal Hate ist nochmal was ganz anderes als irgendwie einen blöden Kommentar oder vielleicht auch einen gemeinen Kommentar. Da darf man auch nochmal ein bisschen genauer differenzieren. Aber ich sage dir eins, am Anfang passiert da gar nichts. Weil, keine Ahnung, wie gesagt, du hast da ein paar KanalabonnentInnen und sehr geringe Klickzahlen und die, die sich das dann anhören, die mögen dich dann oder mögen die Inhalte oder klicken drauf, weil sie es interessiert und wenn nicht, dann klicken sie weg. Das ist ja meistens erst so, wenn, ja, wenn du eine größere Reichweite aufbaust und mehr Menschen mit deinen Inhalten in Kontakt kommen, dass dann auch sich Menschen einfinden, die das nicht so toll finden. Muss nicht sein, kann sein, aber davon, also, ja, davon würde ich mich gerade eben am Anfang lösen davon, dass das passiert beziehungsweise mit diesen Gedanken, mit diesen Ängsten und Sorgen zu arbeiten und die Gefühle zu fühlen. Ja, das war jetzt meine ganz, ganz lange Antwort zum Thema Umgang mit Selbstzweifeln. So, dann jetzt die vorletzte Frage, 14. Frage. Welche Rolle spielt das Feedback deiner ZuhörerInnen für dich? Und dann auch, was noch dazugehört, wie integrierst du es in die Weiterentwicklung deines Podcasts? Also, Feedback spielt für mich eine große Rolle. Feedback ist ein Geschenk. Ich erhalte sehr gerne Feedback. Das gibt mir eben immer die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Es ist natürlich schon so, dass es, wie gesagt, konstruktiv sein sollte auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wirklich respektvoll und freundlich übermittelt. Also, wenn mir da irgendjemand in meine DMs reinrotzt und irgendwie sagt, ist das aber Kacke, das kam auch noch nie vor, aber so, mehr oder weniger, die Quintessenz dessen, irgendwie mit so zwei Sätzen mir irgendwie, keine Ahnung, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, das ist ja auch dann kein Feedback, ja, und da kann ich auch nichts damit anfangen und das verwerte ich dann auch nicht und, genau, das lasse ich dann links liegen. Ich mag auch gerne Themenvorschläge, was Menschen beschäftigt oder auch, was sie gehört haben, was sie lernen oder was einfach sinnvoll sein könnte, was gut eben zu mir, zu meiner Tätigkeit, zum Thema bewusst Leben passt, zum Thema mental und emotional stark sein. Manchmal schlagen mir auch Menschen Sachen vor, die überhaupt nicht zu meinem Tätigkeitsfeld passen, dann nehme ich das auch nicht mit auf, also es sollte schon auch zu mir und meiner Tätigkeit und meinem Business passen, was ja wirklich, gerade eben mit bewusst Leben und mental und emotional stark sein, das eröffnet ja ein großes Feld, also da kann man ja wirklich viel unterbringen, vor allem auch mit den Bewusstleben-Interviews, da hatte ich ja einfach schon so viele unterschiedliche, tolle, tolle Interview-Gästinnen, also da habe ich ja ganz, ganz viel kreativen Spielraum und habe mir das auch extra so gemacht, weil ich mich da einfach nicht einengen möchte, weil mich einfach so viel interessiert und weil ich weiß, dass ich da mit Menschen einfach so, so sehr weiterhelfen kann, genau, also von dem her differenziere ich da, welche Art von Feedback ist das, passt das zu mir, zu dem, was ich da tue, habe ich da Lust, über etwas zu sprechen und ansonsten ist halt oft dieses, ja, das Feedback, das hat mir weitergeholfen, das hat mich unterstützt, diese Frage war für mich besonders relevant, das hat mich sehr berührt, vielen Dank, einfach so ein Dankeschön, ja, oder auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify unterstützt natürlich auch meinen Podcast, dass er mehr Menschen erreicht, also das freut mich natürlich sehr, also wer freut sich nicht über positives Feedback, dass Menschen von den Inhalten profitieren und sie für sich etwas mitnehmen können, dass sie etwas gelernt haben, dass das für sie interessant, inspirierend war, Bewusstseins erweitern, also ja, das wird jeder Coach, jede Coachin oder wo auch immer Menschen unterwegs sind, sehr freuen, genau, ansonsten, ja, wenn dann irgendwie kommt, ja, ach, was weiß ich, zur Technik vielleicht, ja, die Audio war diesmal nicht so toll oder sonst irgendwas, ja, dann berücksichtige ich das natürlich und gucke dann das nächste Mal, wie ich da Anpassungen vornehmen kann, wie ich auch in der Postproduktion da einfach etwas anders machen kann, gleichzeitig ist das dann ja eine Rückmeldung von vielen Menschen, die diesen Podcast gehört haben, also wegen einer Rückmeldung mache ich dann auch nicht alles neu und werfe alles über den Haufen und kaufe ein neues Mikrofon, also von dem her gucke ich dann auch immer, was kommt öfter rein, welche Rückmeldungen kommen öfter und versuche das dann eben zu berücksichtigen, aber wenn es dann einfach so Sachen gibt, wo die Meinungen einfach unterschiedlich sind, keine Ahnung, das mit den Kapiteln finde ich doof oder ich hätte gern mehr, dass du mehr plauderst und weniger strukturiert Fragen stellst, gut, also da kann ich dann auch nichts machen, weil das ist einfach das, was mir liegt, was mir Freude macht, wo mein Genius ist und da werde ich mich dann nicht zugunsten anderer anpassen, das mache ich nicht, also ich mache das schon so, wie ich das machen möchte, wie es mir entspricht, ja, wie meine Energie einfach fließt, wie ich funktioniere, das steht für mich an erster Stelle und dann wird das Menschen in der Art und Weise nicht gefallen und dann ist das doch gut und dann hören sie das nicht mehr an und dann sind wir doch alle glücklich. Also von dem her, ja, berücksichtige ich das sehr, sehr gerne, auch in der Weiterentwicklung, wenn es etwas ist, was ich wirklich auch umsetzen kann und will, in welcher Häufigkeit kommt eine gewisse Rückmeldung, ja, so, da dreht es sich rum und ich freue mich natürlich immer über positives Feedback und wenn Menschen da einfach sagen, so Miriam, das war eine starke Folge oder insgesamt dein Podcast gibt mir einfach so viel oder wie gesagt, Blogbeiträge und auch YouTube-Videos, das ist natürlich balsam für die Seele. Dann die letzte Frage, 15. Frage, zum Abschluss, was treibt dich weiterhin an, auch nach 100 Folgen? Das ist einfach meine Begeisterung, meine Leidenschaft, meine Freude für das Leben an sich, für die tausend Themen, die es gibt, über die ich sprechen kann, die Impulse, die einfach da sind. Ich bin einfach so, so dankbar, dass ich das machen darf, dass ich hier sitze, in ein Mikrofon reinspreche und dann irgendwo auf dieser Welt sitzt dann jemand und hört sich das an über sein Handy, über den Laptop, über YouTube, ich lade ja meine Podcast-Folgen auch immer auf YouTube hoch, oder ja, also das finde ich einfach so faszinierend nach wie vor, dass Menschen, dass es so möglich ist, so auf diese Art und Weise mit Menschen verbunden zu sein, dass Menschen mir gerne zuhören, dass sie was für sich mitnehmen können, das berührt mich wirklich so, so sehr und erfüllt mich wirklich mit ganz, ganz großer Dankbarkeit. Ich bin da auch sehr demütig, ich weiß das auch sehr zu schätzen, ich fühle mich sehr geehrt, dass Menschen mir auf diese Art und Weise folgen, dass ich diese Arbeit machen darf, dass ich das Leben von Menschen verändern darf, dass ich Menschen inspirieren darf, sie anregen darf, ihnen Erkenntnisse schenken darf, das ist nicht selbstverständlich für mich. Und ich sage das nicht einfach so, weil das klug ist, das zu sagen, sondern weil ich das fühle und weil das für mich so ist. Also ich bin da ganz, ganz ehrfühltig und demütig, dass ich das machen darf, nach all dem, was ich im Leben erlebt habe, die Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich da so wahnsinnig viel lernen durfte und mit dieser Weisheit, ich behaupte das jetzt einfach mal so, ich für mich habe einfach einen sehr großen Wissens- und Weisheitsschatz und ich weiß, dass das, was ich zu sagen habe, dass das von Gewicht und Wert ist. Und das war nicht immer so. Ich habe ganz lange mit der Affirmation gearbeitet, dass ich etwas zu sagen habe, dass das, was ich sage, Gewicht hat, dass das einen Unterschied für Menschen macht. Immer und immer wieder habe ich mir das gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, immer wieder drauf geschaut, immer wieder mir aufgesagt, weil das am Anfang ein großes Thema war. Wie gesagt, wollen das Menschen anhören, bringt das Menschen was, habe ich was zu sagen, was habe ich eigentlich zu sagen, all diese Themen und das ist so, auch für mich jetzt so rückblickend, so nach 100 Folgen zu erkennen und zu reflektieren, wie weit ich gekommen bin und was für eine krasse Überzeugung das von mir ist, dass meine Stimme Gewicht hat und dass ich etwas zu sagen habe, was von Wert ist für andere Menschen. Das ist das größte Geschenk. Das ist das größte Geschenk und wie gesagt, macht mich ganz demütig und ehrfürchtig. Also, I don't take it lightly. Ich weiß, ich habe da eine große Verantwortung. Ich weiß, ich bin ein Vorbild für Menschen und ich nehme das sehr, sehr ernst. Also, für mich ist es nicht so, ja, schauen wir halt mal und so, ist ja auch egal. Also, ich bin schon auch locker und probiere Dinge aus und es dürfen auch Fehler passieren, aber ich bin mir immer bewusst, dass höheren Menschen, ich stelle mir das auch immer vor und versuche wirklich immer nach bestem Wissen einfach zu recherchieren, Informationen zusammenzutragen, gut aufzubereiten, ausgewogen zu präsentieren. Das hat mich am Anfang auch immer so, habe ich so, mein Verstand mir erzählt, ja Miriam, du musst mehr polarisieren, du musst mehr anecken, du musst more edgy sein und so. Und ich bin jetzt wirklich im Frieden mit mir, dass ich nicht so bin. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das in drei, vier Jahren auch nochmal anders, weiß ich nicht, das erinnert mich an diese Podcast-Folge, aber es hat mich lange Zeit gestört, dass ich so ausgewogen bin und dass ich so viele Perspektiven einnehmen kann und dass ich so unterschiedliche Motive von Menschen, warum sie handeln, wie sie handeln, warum sie entscheiden, wie sie entscheiden, dass ich das so super gut verstehen und nachvollziehen kann. und mich so super gut in andere Menschen hineinversetzen kann und das fließt natürlich in meine Arbeit mit ein. Ich kann das nicht außen vor lassen, wenn ich eine Folge aufnehme und denke da immer in unterschiedlichen Perspektiven, wer könnte das jetzt wann und wie hören und versuche da, so gut es geht, nach meinen Möglichkeiten, Rücksicht darauf zu nehmen und das möglichst breit ein Thema anzubieten und wirklich mich reinzudenken und reinzufühlen, in welchem Zustand, in welcher Lebensphase könnten Menschen davon profitieren und könnten sie das hören und versuche da echt darauf Rücksicht zu nehmen. Aber das war mir dann, irgendwann hatte ich auch so eine Phase, wo ich dachte, ja, du bist so wischiwaschi und du musst da klarer sein und so. Also ich persönlich finde, dass ich sehr klar bin in den Inhalten, die ich kommuniziere, die ich teile, die ich aufbereite, die ich in die Welt rausgebe. Gleichzeitig kann ich einfach, ist das Leben einfach, wie das Leben ist und es ist nicht schwarz und weiß, es ist immer auch grau und es können immer auch widersprüchliche Gefühle gleichzeitig bestehen und ich kann das, ich erlebe das selber in meinem Leben, ich kann da auch nicht drüber hinweggehen, was ich selbst erlebe und irgendetwas anderes erzähle, das funktioniert für mich einfach nicht und dass ich da wirklich authentisch, ehrlich und echt mit euch sein möchte und dass das Leben sich für mich so präsentiert und dass ich aus dieser, mit diesem Filter, mit dieser Brille, aus dieser Perspektive meine Inhalte aufbereite und anbiete und dass ich das bin und dass ich jetzt absolut meinen Frieden damit gefunden habe und das sehr liebe und deswegen auch wirklich zurückschauen kann und sagen kann, ja, das ist richtig geil, was du da gemacht hast und richtig gute Inhalte und es ist so ausgewogen, wie du das präsentiert hast, ah, und das hast du berücksichtigt, daran hast du gedacht, so, aha, wow, und bist dann nicht auf den Zug aufgesprungen, wie es vor ein paar Jahren war oder wie es vielleicht heute noch ist, du musst da polarisieren und Sprüche kloppen und so, ja, aber wenn ich das doch sonst nicht mache und auch sonst nicht mit Menschen so arbeite, weder in meinen Readings noch in meinen Coachings noch in den Workshops und Masterclasses, warum sollte ich das dann im Podcast machen, weil dann Menschen sich daran reiben und dann eben, ja, keine Ahnung, so, es dann irgendwie super Fans gibt, die mich dann total lieben und die anderen, die mich dann total ablehnen, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen kann. Also, ja, dann bin ich da vielleicht einfach moderat und ausgewogen, das ist doch gut, damit kann ich sehr gut leben. Das ist jetzt auch das Schlusswort für heute. Ja, Mensch, es sind so tolle Fragen von euch, da will ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Hat mir große Freude gemacht, das jetzt hier alles so zusammenzutragen, zu beantworten, auch für mich nochmal zu reflektieren, Wahnsinn, 100 Folgen and Counting. Also, ich bin ganz, ganz gespannt, was da noch alles passiert, was noch alles kommen wird und freue mich einfach auf die nächsten 100 und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du eingeschalten hast, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast, vielleicht das erste Mal hier mit dabei warst, vielleicht schon viele Folgen gehört hast, eine treue Hörerin bist, ja, also ich möchte mich einfach von ganzem Herzen bedanken für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, die hier mit dabei ist und schließe wie jedes Mal, ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute. Musik Amen.